Ein modernisiertes Neunzimmermehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich in Offenbach am Main. Das im Jahr 1960 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 460 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 225 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 600.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017